Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter zur nächsten Mission. Ist nur die Frage, wie weit das ist. Agent Willis. Ach, das ist da. Willis. Zack, machen wir schnell Reise. Der Agent, ne? Der Willis. Der Willis richtig hart. Ja. Markiere Feinde. Als Hund ist das nochmal eine ganz andere Sache als Krieger. Gut, dann... Ach, hier sind wir, okay. Dann gehen wir doch mal in... Huch, das hat's gerade etwas geleckt. Und zwar mir am Arsch, aber wir gehen jetzt mal hier an dieser... Ich hab lang nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein? Ja. Ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, einen Bata an einem Samoana zu finden. Aber probiere es ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holzinsel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Fliege nach Süden. E-Halten, Interagieren. Erleiche die Randebahn. Ja, machen wir. Ja, dann nehmen wir aber natürlich hier den alten Fiat Panda für. Oder Wartburg oder was das hier ist. Das sieht eher aus wie ein Wartburg. Ist es natürlich nicht. Ne, ist irgendwas aus Amerika, weil ein C vorne drauf ist. So, Streckenplanung. Wir müssen nach da also. Am besten nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts und dann nach links. Okay, links, rechts, links, rechts, links. Nach links und dann nach rechts. Ups. Freiwild. Und dann wieder nach links. Und dann wieder nach rechts. Über Los Brückers. Und dann wieder nach links, oder? Sekunde. Ich glaube, es war nach links. Ne. Jetzt nach rechts, ne? Oder? Was ist kürzer? Ich glaube, hier lang ist es kürzer. Oder? Gute Frage. Ne, ich fahre besser mal links und dann die nächste rechts. An dem Funkturm vorbei. Links. Und dann. Rechts. Und dann rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Hier links. Dann. Hier rechts. Oh, ich darf begangen. Dann erstmal eine Weile geradeaus. Oder beziehungsweise dem Straßenverlauf folgen. Weil geradeaus ist anders. So. Dann jetzt hier wieder rechts. Vor dem Funkturm. Jetzt wieder links. Jetzt diese unglaublich... Schwierig konzipierte Kreuzung. Das wäre der ganz nach rechts? Ne, ne? Doch. Okay. Also nicht das rechteste rechts. Sondern das, was so ein bisschen runter geht. Und dann links. Also da oben dann. Gelten ist die Alamo hier. Piraten haben mich umstellt. Komm schnell. Ja, ja. Ist ja gut. So, jetzt müsste hier die Startbahn sein. Irgendwelche Piraten hier. So. So, epische Kampf-Szenen. So. So. Die Penner haben uns die Luft rausgelassen. Ich muss das reparieren. Wie? Du machst jetzt aber schnell, ne? Das ist natürlich sehr intelligent. etwas zu schweißen. Wo Luft fehlt. So. Sonst irgendwelche Leute hier. Nix los hier, würde ich sagen. Ach. Unsere gute Karre. Scheiße. Da kommen die Nächsten. Ich baller hier einfach mal drauf los. Ähm. Allerdings. Treppe ich die da hinter mir. Dann eher. Weniger gut. Scheiße. So ein fetter Negerkuss hier. Naja. Du bist, du bist hier die Granate. So. Kriegst noch eine Granate. Dann sollte der hier auch erledigt sein. Sehr gut. Gibt's hier irgendwo Muni, wo ich mir Muni holen kann. Munizio hohn. Munizio hohn. Ich brauch Munizio hohn. Fuck. So. Dann. Da vorne noch. Einmal. Mal. Da hinten ist noch. Ach da. Alles klar. Okay. Ja, hopp! Würde ich sagen, oder? Achso, töte die restlichen Piraten, alles klar. Ich dachte, wir können jetzt schön durch die durch... Schön durch die durchrushen. Gut zu wissen, würde ich sagen. Ich sagte, steig ein. Oh, ach übrigens, mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Pfeif einfach den Star Spangled Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Ich hab' der Agency mein Leben gegeben. Ich hab' viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Bin fast raus aus dem Dschungel! Ja! 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 Ist ja auch schön. Ah, es sieht schon geil aus. So, wenn ich jetzt wieder loslasse. Äh, C. Fallschirm benutzen. Fallschirmsteuerung, neues Tutorial. Hatten wir das nicht schon mal? S besteuernigen, W abbremsen, A und D steuern. Alles klar. So. Ich möchte auf dem Punkt genau landen. So. Du warst geil, aber... Wer weiß, ob es diesen Sam wirklich gibt. Das frage ich mich allerdings auch. Wo sind denn wir jetzt hier auf der Karte? Ach so, ja, das... Ich dachte, wir sind jetzt voll weit weg. Okay, aber... Ups. Wir haben hier jetzt noch... Die Hälfte von dem, was wir bereits haben... ...haben wir jetzt noch hier als unerforscht. Na dann. Sind das Freunde oder Feinde? Eher nicht, Freunde. Vielleicht sollte ich erst mal, soweit es mir denn möglich ist, den Funkturm aktivieren. Wobei ich bezweifle, dass ich das jetzt einfach machen kann. Ja, siehst du, Missionsgebiet, bla bla bla, Hurensohn. Ähm... Hurensohn natürlich. So. Ups. Einmal kurz in die Büsche. Ah... Alles klar, waren das jetzt alle? Brauchen wir genau den Truck oder was?